hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge scum so wir freuen uns auf porat schauen wir mal vielleicht finde ich seife vielleicht machen einen badetag wir werden sehen die ersten häuser von porat total gated community oder was hier oder steht ein einwohner hallo was gibt es in porat für sehenswürdigkeiten die gute dann durchsuchen was hat sie denn die alten zigaretten yoga leggings ja okay aber wir schauen uns die später so also schönes haus vielleicht kriegen wir hier seife auch schönes haus schönes haus ja hier mit balkon davon ist die gated community da steht doch wer den fragen wir mal entschuldigen sie sie da sonst ist keine ich kann niemanden fragen nur diese überaus vertrauenserweckende person so entschuldigen sie haben sie hier jemanden gesehen der mit seifen handelt offenbar nicht so was haben wir da einen gummi hatte sie dabei und taktische handschuhe der oberschäftaktiker der zombies oder besser gesagt taktikerin dieses haus oder dieses haus nachdem wir immer in letzter zeit in diese balkonhäuser reingegangen sind ein wenig davon nehmen wir so wie wärs mit dem häuschen hier kann ich das türchen wieder zu machen nö euer schließen ja ich habe einen stein gefunden so so das bad ist frei oh da gibt es die kürschen fast keinen platz mehr im inventar ist aber okay oh bevor wir da rüber gehen da ist eine bar oder so aber da ist niemand da wären schöne toiletten da ist niemand verdammt verdammt ein küchenmesser nö schneidbreiten nö was finden wir schönes nichts finden wir wie wunderbar viel küchenmesser na brauchen wir nicht brauchen wir alles nicht so kochschürze nö so wie sehen wir aus ich sehe super aus ich sollte nur eine wunde verbinden so nein verbinden nicht essen am klo die beiden legends nebeneinander so dann die wild wunden verbinden so schwierig zu verstehen so wollen wir noch aufgehen na komm wenn wir da sind da liegt nix so so was ist das für die hunter so und da super balkon da rüber wollen wir da 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 so so dann gehen wir da drüben rein das wollten wir ja ursprünglich auch oh wie schön ok die küche eine art wohnzimmer so dann schauen wir noch mal rein na 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 ja eine nadel so ja da liegt gleich der gummi neben dem eingang so kleidung so irgendwas am herd noch nö nix gut die nadel schönes schönes großes klo suchen ja aber an dem klo ich weiß nicht ob ich das der guten beitrag zutrauen möchte so die nadel wieder so dann gehen wir mal hier rauf da 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 ich dachte da liegt jetzt irgendwo einer wir schauen da wir schauen da kaputt ja nachdem ihr gemeint habt ich soll mich schon langsam mal um pfeil und bogen auch mal damit man das auch machen ok dann machen wir mal zu nix das ist eigentlich ein schöner Rucksack gewöhnlich aber schön so wir laden da mal nach sehr gut da steckt man da ein da steckt man da ein ich würde gerne eigentlich würde ich den Rucksack gerne mitnehmen habe ich jetzt die Wunden noch immer nicht versorgt so eigentlich ein schöner Rucksack sehr klein wir brauchen ihn nicht wir brauchen nur einen großen so dann kann man das da essen da dann mach fertig so essen passt da jetzt der Rucksack ich weiß nicht schauen wir mal ein gewöhnlicher nein der passt da natürlich nicht so Stoppwechsel wie sehen wir aus hier alles behandelt ja 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 ach komm lass uns noch was essen also die Vitaminerblätten können wir da in die Ecke legen die andere Aloe können wir auch essen ist das so gesund die zu essen ja innerliche Heilung Kohlehydrate sind fast voll und das nur mit rohem Gemüse ja aber du isst ja auch Larven ja immer wieder und weiterhin steht drauf so Repair Oil das war immer sowieso es handelt sich um eine Leggin und somit wird sie repariert so ein Fetisch oh eine Krab ach der ist noch größer ja komm das wär super der hat keine Flicken aber er ist auch kaputt so ich nehm den wieder ja wir haben super zusammengeräumt aber es hat uns alles nichts geholfen so Seife haben wir ja auch keine gefunden naja so wir laufen mal zum Canamera na 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 so die gehen wir nach oben Hämmerchen wieder auf die zwei so dann können wir die Tabletten weglegen oh da liegen Schuhe am Boden so äh Tabletten die die Cheese Slices ach komm das sieht auch schon ziemlich räudig aus mit 40 kann man trotzdem noch gut essen so das werden wir auch noch essen Stoppwechsel ja da kann man alles essen Tatteln geben gut aus geben gut aus füllen den Magen schön an so und jetzt könnte ich eigentlich den Rucksack schon mitnehmen wenn ich das da rauflege egal so und weiter geht's wir fahren nach unten oder kriege ich da meine ok wir biegen noch einmal ab oder also ein Geschäft vielleicht kriege ich da Seife ok eine Nuss im ganzen Geschäft lag eine Nuss so und natürlich ein Klo ähm Stoppwechsel ja ich könnte ja ich könnte ich könnte mal Schwester muss groß so ja wird wieder anstrengend wenn es mal wieder länger dauert wenn jetzt ein Zombie mich von der Seite da vorne überfallen würde da würde ich echt ja das wäre zu gut geht schon so ok in dem Shop haben wir auch ein bisschen Pech gehabt gibt auch keine Seife so hallo warum genau ist das hier so extrem mit dieser Mauer eingezäunt so toll ist das da nicht ja nicht mal Wildkirschen ja na gut na gut na gut da hinten kann man zwar im Kreis laufen eine super Nische sehr strange abgezweigt abgezweigt abgezäunt so aber wer weiß wir machen wieder zu also wir sind schon fast unten dennoch hätte ich gerne Seife ich gebe das zu ich mag Seife haben oh warum liegt hier Stroh am Boden nein nein Schuh am Boden nicht Stroh so na dann fahren wir da wieder runter ja äh das war der falsche Weg aber cool wieder so eine Gated Community aber da ist sicher weniger Schlimmes weil es gibt hier eine Polizei und Brunnen da könnte ich meine Wasservorräte wieder mal auffüllen so wir machen das mal so äh ja wir trinken das alles oh da hätten wir ja auch noch die Muni für den die lege ich auch gleich ins Auto die brauche ich ja nicht mit die Leggings brauche ich schon mit so Muni für Hunter und ja legen wir wieder ins Auto wir haben jetzt eh äh zwei Magazine eins drin eins draus kann ich die nicht ich ja war da nicht gerade einer ach der sieht schon ganz krank aus der da hinten auch so da ist eine Garage und in die Garage muss man rein da liegt die Hunter drin aber wir haben hier eine so nehm die auch mit okay dann nehm ich die auch mit ja dann nehm ich die heute auch mit so durchsuchen aber ich glaube da finden wir nichts wir brauchen Seife 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 so die Dame so was haben die Damen dabei die Damen haben dabei Winnie eine Flair so ist eine blaue Flair wenn ich richtig sehe die so wir tragen die Hunter ins Auto oder soll ich jetzt mal mit der Hunter in die Polizei gehen ich ich stehe total auf die Schrotflinte aber ja ich gehe mit der Schrotflinte in die Polizei ein so kann ich das essen natürlich kann ich das essen es soll den Magen anfüllen so dann könnte ich der Polizei auch etwas in die Toilette hinterlegen so wir gehen hinten rum nö diesmal der Schrot die weihnacht ich weiß nicht wir haben doch schon eine komplette Weihnachtsmusik das ist mir in einer Knallroute nach oben das sieht total strange aus so Seife hätte ich eigentlich gern ist da überhaupt noch einer drin nö so da liegt wieder ein Buch oh Seife ein Buch ach so dafür dafür lasse ich die rote knallrote Bienenmütze wenn wir das überleben dann bleibt sie da so wir suchen da mal nö nein nein so ich brauche Muni oh yeah die Beretta M9 wir haben eine Beretta M9 aber die ist so und die ist dünkler die ist hängen ja da liegt so eine Kappe so wir schauen was wir noch finden vielleicht lege ich die Beretta einfach ins Auto aber wir haben wir haben schon genug oder eine auf Reserve kann nicht schaden okay wie nicht Muni hier da waren wir schon oder ja nicht mal der Kohleautomat hat was die kann ich da die kann ich da unten nicht hingeben weil die ist zu groß super das kann ich da herlegen so schauen wir mal bis er runter kommt jetzt irgendwie schnell Wunden versorgen so Schrotflinte aus der Nähe ist super aber ich fühle mich damit nicht so sicher so wie sieht es aus behandelt super jetzt wäre ich wirklich verblutet so was was trägt der Polizist von Bait 6% 6% ernsthaft dafür kriegst du diese Mütze und meine oben drauf so ähm dann würde ich sagen wir essen nochmal was hier Stoppwechsel ja geht gut Riesenschampion ist gut so dann stehen wir mal auf ja den guten Polizisten zur Seite gelegt so da 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 so money pitte money pitte ach ja hm hier hm dan na 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 wobei wie haben wir diese Seife nimm doch das Buch mit ja da hast du recht ich nehm das Buch mit na Buch Buch und die können wir dann anzünden so da ist ja auch nichts mehr nur aufs Dach gehen wir nicht na 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 ja aber oh das ist ein schöner Einsatz hin 91% so gut dann wieder raus viel war es ja nicht hm da vorne steht da vorne steht Kanamera so wollen wir platzen ja wir räumen nochmal die Bücher weg da 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 Buch und Buch die Flair behalte ich mir das behalte ich mir auch die Seife behalte ich mir auch die kommen daher die leere Dose ich lege die vorerst mal am Boden also die werden wir natürlich mitnehmen so dann hier Cheese Slices oh sehr gut so dann würde ich gerne noch ich weiß ich weiß wir sind schon wieder am folgen Ende wir haben ja gesagt so wir richten uns an 20 Minuten aber manchmal ist das gar nicht so leicht so die Blase gescheiter anfüllen oh Kohlehydrate sind grün wie cool ja knapp über 100 aber über 100 so dann würde ich sagen wir füllen diese Fade Flasche hier neu an so wir haben Seife wir haben 2 Reserve wir haben 2 Reserve Leggings besser geht es eigentlich gar nicht so der Heem ist ganz gut ähm mag ich zwar nicht jetzt die ganze Zeit tragen aber ist ok oh da liegt ja eine Dose so so und hier endet einfach der Weg so und jetzt stelle ich mich da mal aufs Wasser da vorne liegt so ein versunkenes Schiff im Wasser ach cool so nö wir wollen nicht schwimmen gehen ich stelle mich da mal ins Wasser einfach mal die Leggen benetzen super ähm wir werden jetzt mal so Repair nein Repair wollen wir nicht ich möchte gerne wo ist denn das mit Waschen hier ausrüsten und wenn ich das jetzt anhabe kann ich das jetzt waschen ich habe doch Seife ähm Seife in die Pfote Seife in die Pfote nö hier Wash Oil wasche ich jetzt wirklich alles also alles oder Moment tatsächlich so dann möchte ich auch gerne äh Wash Oil weil die Leggen sind wichtig ja super dann die Seife ist weg oh mein Gott die Seife ist weg so wir schauen uns mal ja ein wenig sauberer sieht schon aus also jetzt mit dem Oberteil super das stecken wir gleich ein so vorher werden wir aber noch die Leggen hier probieren so das ist die dreckige offenbar ähm und dann haben wir die die hat uns früher auch gut ja so ich brauche mehr Seife so wir brauchen mehr Seife es hilft nichts oh ja oh ja so meine Lieben dann würde ich aber sagen nach dieser Waschorgie legen wir mal den Helm ab legen wir mal den Helm ab da 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 Helm Helm, Helm, Helm hier so ach wie schön wir brauchen noch eine Seife wir brauchen noch eine Seife also was ist eigentlich mit den Haaren das Shirt trägt sich tatsächlich nicht auf so ich nehme es aber trotzdem mal runter also die kann ich da reinlegen super dann würde ich sagen das war es für die heutige Folge vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal Tschüss